Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich wollte auch am Anfang an hier mitmachen, weil ich wusste, dass ich hier Rhythmus und Takte lerne und weil in meinem Herz ist der Takt und deswegen ja. Musik Es gibt keinen Unterschied zwischen zum Beispiel Araber, Muslim, Christ, Jude, Deutscher, egal. Also die Tatsache, das ist unter einem Dach und das ist so wie eine Familie und das ist ein ganz großer Erfolg für mich persönlich und für die Kinder auch. Musik Die haben einen unheimlichen Entwicklungsschub gemacht und das sind dann oft auch Kinder, die als erste eine Lehrstelle in der 9. Klasse haben. Ich habe also den Versuch unternommen unter der Permisse, dass wir die Jugendlichen in Workshops so hinkriegen, dass die wirklich in so einem Orchester mithalten können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020